Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Tag, zu einem neuen Vlog. Man sieht mich mit der Maske, wieso, weshalb, warum. Und es ist auch gerade 8.30 Uhr, weil heute ein anderer Tag ist, ein neuer Tag von den Feiern hier in der Wungemeinschaft. Und es versammeln sich alle um 8.30 Uhr verkleidet und machen Krach und wecken alle auf, die nicht kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Wir haben jetzt auch noch von da oben Gummibärchen und Kettis geschmissen. Er hat eine bekommen und ich auch. Jetzt gibt es Churros, auch eine spanische Dicatesse mit Zuculada. Es war gerade Schwimmwettkampf. Konnte ich natürlich leider nicht filmen, da ich habe jetzt ein paar andere von anderen Wettkämpfen gefilmt. Aber da ich ja selber geschwommen bin und ich wurde zweiter Platz. Die da wurde erster. Die ist aber auch sehr gut im Schwimmen. Hallo. 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 Das war's für heute. Wir sind jetzt wieder zu Hause und essen. Meine Mutter und Mama macht kurz Essen. Es beginnt gleich eine Schnitzeljagd, die machen gerade noch die Teams aus. Ähm, und... Sie müssen auch noch die Sch Constitutionalippen sein. Wie temperaturen... Sie tussen die Größen auf die Nad paten. No, schaut gut aus. Die zweite ist die Nummer 5. Die Nummer 5 muss man sich das. Wir gehen jetzt ins Kino, ja, Open-Air-Kino, wir gehen jetzt ins Open-Air-Kino, meine Halle sind richtig scheiße auch. Der Hintersitz ist eigentlich für zwei Leute gedacht und da gehen jetzt vier Leute im Sitzlicht da hinten. Jetzt sind wir im Kino angekommen und müssen jetzt nur noch, es ist Open-Air, wir müssen jetzt nur noch unseren Saal finden, da hinten ist er. Hallo, wir sind am Saal angekommen, da ist die Lagerhand. Mein Bruder findet sich so lustig. Das waren jetzt zwei Filmvorstellungen und es ist jetzt gerade 1.06 Uhr und der da schläft schon. Ja, wieso zwei Filmvorstellungen, weil das ist irgendwie special bei diesem Kino. Da zahlt man 5 Euro und darf in zwei Filme rein. Sehr gut. Ich beende das Video heute gar nicht mit so. Ja, ihr gebt mir einen Daumen hoch und so. Ich bin da zu viel zu müde, das motiviert zu sagen. Freut euch auf einen tollen Tag morgen. Tschüss.